Sooo, wunderschönes Ding. Ja, also ich hab's mir eben angeguckt, also man sieht es aber erst, wenn man im Game drin ist. Oh mein Gott, hier fliegt ein Jet! Das ist der Chris. Oh Chris. Ja, Flutschoke. Nee, das macht auch gelegentlich die AAF. Bestimmt, alle. Bestimmt, alle sind. Hä? Biss im Monion, da ist er. Alles klar, Monion, ich bin aufm Weeg! Die AAF. Okay. Einer. Was ist das? Einer hat, Einer hat, Einer hat, Zappenrechte. Allerdings nur für... Oh, der Chef. Ich brauch mal. Ich muss mir das jetzt ein bisschen verschöner an die Geschichte. Okay, dann ist... Jetzt geht's mal wieder. Jetzt geht's nicht mehr. Dann ist meine linke Mausradtaste kaputt. Also Monion, ich bin grad mit nem SUV Offroad zu dir unterwegs, ja? Mit nem SUV zu... Oh Gott, ey. Du kommst... Du kommst doch nie hier an. Ey, ich platte grad mit 130 Offroad rum, ja? Ja, wir sind auch mal... Wir sind auch unfallfreundlich... Wir sind auch unfallfreundlich... Wir haben einen eingefahren. Hey, Hansen! Hab ich ihn erstmal zweimal geflipt. Lassen Sie unseren Gefangenen in Ruhe! Wir schließen Sie ab! Hast du was gesagt? Wieso steht er auch nicht mal? Ich flipp die Kiste da halt immer, aber ich hab jedes Mal wieder... Ja, sauber eingefahren! Ein, sie mal raus, wir haben einen eingefahren! Also ein... ein... Eindeutig, die Maustaste hat einen Knachs weg! Mal geht's, mal geht's nicht! Was sollen das haben? Ich... Ich soll mich ja gar nicht sagen! Die Knachs sind kurzsichtig! Ich bin gleich da! Jetzt... Jetzt geht's wieder nicht! So ne Scheiße, ey! Was ist das? Ich bin kurzsichtig! Na, da muss ich mal hören, Adler, dass das... Das war so schick! Hätten Sie jetzt nichts gesagt! Weil ich da eh immer einen Finger am Maustrad hab, ne? Äh... Fährst du hin hier? Ich bin hinter dir! Weißt du, du wurdest mir grade... 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 Du wurdest mir grade genau da eingefahren! Hab dir mal einen Punkt hingesetzt! Wie bitte? Ach nee! Sound muted! Was haben Sie grade genau? Für 50 Dollar dürfen Sie den auch mal ins Gesicht spucken, bei 100 Cent sind Sie dann dabei den Herren mal in den Schritt zu treten! Moment! Moment! Ich hab den Herrn gerade überfahren! Ich hab den Herrn gerade überfahren! Ich hab den denn das und sonst! Moment! 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 Können Sie grad mal ein bisschen zur Seite gehen? Ja! Können Sie grad mal ein bisschen zur Seite gehen? Können Sie grad mal ein bisschen zur Seite gehen? Ja! Können Sie grad mal ein bisschen zur Seite gehen? Ja! So! Das war's Geld wert! Genau so muss man das machen mit den Leuten! Wie sieht's denn aus hier? Wie sieht's denn aus hier? Ich hab den Herrn auch grade überfahren! Ich glaub da komm ich am günstigsten weg! Hey! 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 Ey! Hey! Das war eine Kunde, wenn du so weiterfährst. Die Tür ist doch nicht so bei mir stehen. Hallo. Ich hab getrunken. Ich hab mich nicht mehr gesehen. Ich hab mich nicht mehr gesehen. Ich hab mich nicht mehr gesehen. Was ist denn? Oh, wirklich? Ja, wirklich. Das ist eine Scheiße. Sie sollten mal ein bisschen was in Deckung gehen. Kann sein, dass hier jetzt zwei rechten paar Schüsse kommen. Warum denn das? Ah, ich weiß auch nicht. Da wollen sich wohl welche einmischen. Okay. 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 Wie? Jetzt kommt das mal einmischen. Wirst du hier, wenn du das hier oben auf dem Dach machst. Den runter schieben. Glaubt das? Wollen wir den denn die Leiter hochkriegen? Ah, das stimmt, haben sie recht. Liebe Mann, ich war da viel zu fett dafür. Ja, ich sehe es, ja. Geh mal Gas, geht der Drehzahlmesser hoch? Das wird mich jetzt immer interessieren. Was denn? Ja. Ist aber interessant, ne? Ich sehe einen Tacho nicht genau, aber da ist es fast auf Anschlag. 239 ist der Tacho. Ja, ja, der ist fast auf Anschlag, aber der Tacho ist halt bei 1000. Der Flash, der Flash ist weg, oh, das ist schön. Die Farben. Wie bitte? Der Flash ist weg. Oh. Ja, der ICB-Paufe zeigt den da an. Da warst du schon wieder zu spät. Hier, wie, es hat gelesen, wir warten noch. Nee. Ich würde uns ein bisschen zu kritisch machen. Ja, jetzt, jetzt. Komm und drüber, 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 drüber. Komm, Gas. Jetzt ist der Spaß vorbei. Noch ein Stück tiefer. Du musst noch ein kleines Stück tiefer fliegen, Alter. Da kam der SUV angeflogen, wa? Beim SUV, beim... Nein. Setz uns hier ab. Beim SUV. Beim SUV. Die, 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 die Pau-Hunrader kriegt keine Kretze, ey. Das ist, ey, ja. Jetzt geht's so runter. Geh einfach in den Tiefflug und setz uns bei irgendwas um die 100 Sachen. Das war alles andere halt schön. Irgendwann will ich das mal testen, mal mit, also nicht jetzt, aber irgendwann mal will ich das testen mit richtig schön Speed und dann, äh, ab... Wow, da kam der Jet. Jetzt war der Jet, er hängt nur in der Luft. Wow. Du hattest getötet, du hattest getötet. Und ich setz noch im Auto. Mit in der Luft. User left your channel. Jetzt bin ich auch tot. Ewig. Okay, jetzt. Er ruft seinen Täter, ich sage, jetzt. Jetzt hängt nur in der Luft. Ich habe das, ich habe das, ich habe das, ich habe das. Ja, ich habe das, ich habe das. Nee, nee, nee. Ah, jetzt ist die Pau-Hunrader. Okay, jetzt kannst du in der Luft. In welchem ich kann das auch wirklich noch nie reden. Ich schläge das. User joined your channel. Ähm, das war so nicht geplant. Warst du das, Robis? Sack! Ey, und zwar auf! Da kam ein Chat, ne? Problem war gut, die Seite weg. Und dann schneid das Auto noch um die ganze Zeit. Ja, das Problem ist, äh... Plötzlich kommt mir den Kopf dahin gegen! Ich, fuck! Nein, nein, nein! Fuck, zwischendurch! Oh shit, Seil! Wieso fliegst du mit dem Chat hier rum? Ey, super! Boah! Ey, Scheiße! Oh, ich helf dem, mach mal kurz, ich helf dem, wie ich mal mit unserem Fahrzeug ein bisschen, ne? Ja, mein SUV ist schrott, aber der ist da, sagst du, ganz ehrlich, Scheiß drauf? Oh, ich helf dem, wie die Hellcats nicht noch? Die lebt noch. Die lebt noch. Ich bin, ich bin direkt zwischen dem Pekini und dem Auto durchgeflogen. Ja! Ja! Ich hab's doch gesehen aus der Ego-Perspektive. Glaubt mal, das sah sehr lustig aus. Und unten steht ein Kopf, steht ein Kopf, aber du und drei Leute gucken. Ich bin nicht auf der Wäscher und ich bin nicht auf der Luft, weil ich kann nicht auf den Boden sein, wenn ich bin. Bei mir bin ich ein Verrückter. Ja, war auf jeden Fall ne lustige Aktion, Raffi. Ne, wir wollen nicht Flugunterricht nehmen. Ja, vor allen Dingen, ich war in der Ego-Perspektive, ne? Das kam mal rein. Und auf einmal, wo kommt denn der Jack? Wir haben die Farbe so schnell. Und dann steht das Auto so, und wir kommen auf den Schluck auf, ne? Und dann rechnen wir auf die Farbe. Ich hab's gewundert, dass die Karriere in der Luft explodiert, das muss ich eigentlich sagen. Nein, nein, wir sind da auf dem Boden aufgeprallt. Nee, bei mir ist ganz verluft, Benni. Okay. Ja, ja, ja. Also warte mal, ich gucke mal eben bei mir im Shadowplay auf der, ne? Ey, immer, immer diese... Ey, immer diese eskadierten Atten, ne? Ja, edel, edel. Oh, scheiße, ey. Schönes Zwude mal, ne? Wir rollten einfach, rollten einfach durch. Frosörer Neustart macht Kamala. Wir sind jetzt schon zu mal gestorben. Einmal durch den Flugfehler meiner Seite und einmal durch den Flugfehler von anderen Seite. Können die mit dem Handleier geschweigt parken und nicht die ganze Zeit auf dem Parkplatz rumfahren. Ganz geschweigt. Ja, Moment, Moment. Ich hab mir nur gedacht, oh, scheiße. Also, Rappi, ich hab's aus der Ego-Perspektive vom SUV. Oh, geil. Ich hab's leider nie aufgenommen zu dem Zeitpunkt. Aber ich lieg, also aus meiner Sicht, ich guck grad... Ich sage, dreh hier ab. Also, ich guck grad, ne? Ich muss in der Luft drehen. Also, aus meiner Sicht, weil ich seh unten die Hellcat stehen. Ich frage, wer sind Sie? Wie haben Sie das für der AFF? Ja, ja, aber ewig weit weg seh ich die Hellcat, ne? Bei mir schweigt ich in der Luft, ne? Und unten? Wir sind eine gefahrten Sandgäuern. Ja, praktisch. Da liegt der Benni tot. Haben wir die Bescheid-Werste gemacht? Das seh ich aus... Ja, ja. Ja, das ist der Leiche von Benni. Ich lieg in der Luft. Ja, ja. Äh, aber... Raffi, wir sind nicht durch die Explosion vom Auto gestorben, ne? Durch was dann? Doch, ich... Durch den Auftrag. Ich bin durch die... Wir... Wir sind mit dem Auto... Du hast die Seile wirklich sauber abgetrennt, ne? Also, das war erstmal Top-Leistung. Ich hab's mir grad mal... Ja, ich hab's mir echt mal... Ja, ich hab mir gesagt... Oh, fuck. Oh, fuck. Ich schaff's nicht mehr hochzuziehen. Runterziehen wird ganz gefährlich. Shit, was ist das? Ich schaff's nicht mehr hochzuziehen. Ich schaff's nicht mehr hochzuziehen. Okay, geht's nicht mehr allein. Ja, und im jeden Fall... Ich seh mir wie das Auto plötzlich... Ich... Ich denk mir so... Oh, das Auto geht in den Gleitflug über. Okay, das ist zu hoch, da sterben wir. Das Ding kracht auf. Ähm, steht hier grad am Marktplatz? Ich stehe ja durch den Aufprall und dann macht's erst Kumpel. Dankeschön, Dankeschön. Äh, wenn folgt dann geht, dann will der Sonne hält wieder einmal. Ich hab kurzfristige Rundmacht bekommen. Steht hier, steht hier an einem Marktplatz? Ähm... Naja, aber äh... Raffi, schöne Aktion, sowas muss auch mal sein, ey. Das weiß ich auch nicht so genau. Das weiß ich auch nicht so genau. Steht hier... Steht hier am Marktplatz? Was ist denn mit dem Herrn hier? Kennst du denen nicht helfen? Hast du Respawn, Benni? Ja, ich bin Respawn. Okay. Achso. Aber stehen ein paar ASF-Lär-Marktplätze? Kann nicht sein. Was denn? Weil ich hab den... Ich hab den Jet überhaupt nicht gepeilt, ne? Ich hab den gar nicht mitbekommen. Also ist das geil. Hallo! Hallo! Äh... Wie das bei uns aussah, ne, Benni? Sah edel aus. Ne, aber ich... Ich seh, bist du ein Jet. Ach, bist du? Ach, du Scheiße. Ja, bei allen Dingen, ich hab dich, äh... Im Video sieht man dich schon ziemlich früh. Ich hab dich wirklich erst mitbekommen, da hat die Nase von deinem Jet uns fast berührt. Weißt du, wie ich... Wie ich erschrocken bin? Zu woher ist? Da kam der Jet! Äh... Okay, das... Ist das Fenster? WTF, Helikopter? Ich hab die Bombe vielleicht nicht geblieben. Ich hab die Bombe vielleicht nicht geblieben, dann... Ich fahr'n. Ich fahr'n. Ich fahr'n. Ich fahr'n. Es sei, aber Raffi, bist du grad puller? Sieht edel aus, sieht edel aus. Ja, das ist weg, aber... Aber ich fahr'n. Ach, ein scheiß Hellkenntnis, wo man abgeschossen ist, ey. Raffi kriegt sich jetzt deswegen nicht wieder ein? Ja. Ja. Warte, ich beschlagnahm' die Hellkenntnis mal kurz. Ja, das wurde sehr, sehr zufrieden. Sehr nett, ja. Na, die steht halt hier dämlich rum. Sonst hätt' ich sie jetzt weggeflogen, aber... Dann hab' ich heute ne Hellkenntnis...